Kenneth Montgomery leitet das Orchestra of the 18th Century im Rahmen des Musikfestivals Chopin und sein Europa, das dieses Jahr in Warschau stattfand. Als nächstes hören wir das Konzert für Kleber und Orchester A-Moll, Op. 16 von Edvard Grieg. Solist ist diesmal Alexei Zouyev. Musik 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 Amen. 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 der philharmonie warschau kennethes montgomery leitetes orchestra of the eighteenth century